ja ihr lieben hier ist die treue solosäge meines kumpels die habe ich ja schon einmal mehr oder minder revidiert mit neuen kurbelwellen simmering das video ist ja bereits hochgeladen und ja uns ist aufgefallen dass die säge ein metallisches geräusch macht gerade im standgas und da sie ja nun eine menge betriebsstunden hat wohlgemerkt immer noch mit erster schiene die übrigens nur mit salatöl gefahren wurde für all die kritiker die meinen salatöl ist nicht gut für die garnitur entweder war dieses damalige origonschwert welches serienmäßig ausgeliefert war wurde besonders gut oder das salatöl funktioniert doch irgendwie in diesem fall meistens rapsöl aber by the way egal es geht um den kolben das ding klappert ich mache es jetzt mal an dann könnt ihr euch das anhören und danach werde ich es hier zerlegen und werde einen neuen kolben einbauen den alten kolben vermissen so kommt es raus beziehungsweise zylinder ist runter hier kann man sehen dass das im kubelgehäuse sich ein bisschen der lack löst das ist auch immer gefährlich hier das kann nämlich dazu führen dass lackstücken zu so leichten fressern führen nicht gut nicht schön was man ja auch noch sehen kann was nicht schön ist die dichtung liegt hier der überströmkanal ist nicht angepasst an den zylinder das sieht man hier an dieser korrosionsstelle also da könnte man noch ein bisschen was dremeln um noch ein bisschen leistung zu generieren aber kommen wir nun zum interessanten teil in dem kolben der kolben hat keine wilden fressspuren das sind leichte feine kratzer wenn man das alter der säge bedenkt ist das eigentlich nichts man kann hier sehen diese kleinen querrillen sind weg die von der fertigung auf dem kolben sind wenn man jetzt mal guckt die säge ist ja da steht noch kein baujahr drauf ist noch eine alte serie nummer egal fakt ist ja den kolben jetzt gemessen und wir sind vom 0 maß drin hat der 0 vom 0 maß sind wir 5 10 12 hundertstel entfernt vier bis fünf hundertstel spiel sind normal also haben wir ja sechs sieben hundertstel verschleiß am kolben und das macht dieses klappernde geräusche aus ich habe jetzt hier ein zugehör kolben weil original gibt es nun ja den habe ich gemessen der hat fünf hundertstel auf spiel hier kann man das oben sagen hier kann man das auch schön sehen die querrillen das ist also alles gut und der kolben kommt jetzt in die säge und das ist auch dieses hässliche klappergeräusch weg schauen wir uns den zylinder an ja ein paar polierte stellen in der beschichtung das ist aber alles nur oberflächlich da kann man nirgendwo mit dem fingernagel rein das ist alles gut ein bisschen kohle ist noch drin massive überströmer bei den solosägen das ist wirklich heftig wie groß die sind ja hier mal ein bisschen sauber man sieht jetzt mit asten gelaufen also jetzt ich schon einiges der kohle raus gewaschen aus dem auslassschlitz das mache ich jetzt alles sauber noch mal schön und da kommt alles zusammen hier kann man jetzt gut sehen ich habe die gesamte farbe hier aus dem kohlgehäuse raus gekratzt das war nicht einfach hier an den seiten wenn und vor allem auch unten zwischen den kurbelwagen da habe ich mir ein bisschen geholfen mit einem um die ecke gebogenen also 90 fast 90 grad abgewinkelten schraubendreher um den lack abzukratzen der lack ist auf jeden fall jetzt überall raus und habe hier die überströmer angepasst das ist jetzt nur grob vorgearbeitet das wird noch ein bisschen geglättet und dann ist das kurbelgehäuse jetzt auf jeden fall top da kann nichts mehr passieren jetzt kommt der neue kolben drauf und bauen wir es ganz zusammen der neue kolben ist jetzt drauf immer schön darauf achten dass der pfeil zum auslass zeigt gerade bei diesem kolben der hat unterschiedliche lang unterschiedlich lange kolbenhänden kann man hier sehen das linke ist länger als das rechte wenn man den verdreht dann gibt es probleme mit steuerzeiten bei den nachbau kolben hier muss man auf die kolben bolzen klips ein bisschen achten die sitzen sehr locker drin da muss man eventuell andere einbauen und sich ein bisschen was behelfen sonst ja gibt es probleme wenn die flücken gehen ist alles hin da sind meistens die nuten in den kolben ein bisschen tief eingestochen so dass die 0 8er band stärke beziehungsweise 0 8er draht stärke ringe dort leicht ja klappernd drin sitzen und unter umständen wenn das normale c clips sind dass die dass der bolzen trotzdem durch kann weil die ringnut zu tief ist und der ring dann in der nut verschwindet und der kolben bolzen trotzdem frei ist das habe ich also bei diesen nachbau kolben schon ein paar mal erlebt da bitte ich darauf zu achten sonst wird der günstige nachbau kolben ja zum teuren spaß gut ich stecke jetzt den zylinder drauf macht die flächen schön sauber und alles vergaser rein und dann wollen wir mal gucken wie es sich anhört ja ich denke man konnte die unterschied deutlich hören also das harte klappern ist weg und denke mal so ganz ganz kleinen hauch hört man was aber gut ist auch 20 jahre alt wenn jetzt die haube drauf ist wird man davon nichts mehr hören von daher bin ich sehr zufrieden jetzt ist die säge quasi komplett so weit wieder auf einem guten weg die nächsten zehn jahre jährlich 15 meter holz weg zu sägen ja vielen dank fürs zu sehen und ich hoffe der ein oder andere hat was daraus gelernt und viel spaß beim schrauben das ist